Matthias Ludwig und ich sage top, die Wette gilt. Fünf Meter in der Wand, das sind Wetten, die ich nur im Sitzen ertrage. So. Es gibt nichts, was ihn in irgendeiner Form hält. Das Seil ist, wie man sieht, nicht gespannt. Ich bin es und man kann überhaupt nicht helfen. Das ist ungefähr die Hälfte des Weges. Und jetzt wird es schon sehr schwer. Jetzt balanciert er auch noch die Flasche aus. Das sind vielleicht jetzt dreieinhalb Meter, aber noch keine fünf. Er kommt aber jetzt langsam oben an. Das könnte gut gehen. Er konzentriert sich. Er serviert. Ich dachte schon, wir haben vergessen, das Glas hinzustellen. Haben wir nicht. Stress hat er, aber das Glas ist voll. Wo ist Matthias? Wir haben gewonnen.